Hallöchen meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer Runde Argario. Mit dabei ist heute der Kingpad, hallo. Hallo. So, das erste Mal eine Aufnahme mit dabei und wir spielen zusammen. Ich weiß zwar nicht, ob wir auf dem selben Server sind, aber. Aktuell gerade leider nicht. Aktuell nicht, ne. Ja, aber das Spiel, das bockt irgendwie mega im Moment. Also es sind gerade auch 38.000, nee, 83.000 Leute auf dem Server. Und, wow, ich. Äh, 84.000. 84.000? Ja, hat sich gerade aktualisiert. Oha, alter Schwede. Das sind natürlich, wow, ist natürlich eine Nummer. Ich werde hier gerade von den Niederlanden irgendwie die Mangel genommen, aber ich schaffe das auch irgendwie mich da rauszuschmuggeln. Ah! Das schaffe ich meistens nie. Doch, aber ich habe dann immer das Problem, ich teile mich zu oft, weißt du? Jetzt habe ich hier wieder vier Teile und Moon hat mich einfach wieder gesnackt, alter. Okay. Ich mache einfach eine neue Runde. Ich habe ja irgendwann mal das Ziel, auf jeden Fall ins Leaderboard zu kommen. Bis dahin ist natürlich noch eine Menge Übung gefragt. Aber irgendwann sage ich euch Leute, schaffen wir das. So, erstmal hier ein paar Punkte snacken. Irgendmal eben schnell, wie viele Scores und du? Ja, ich habe gerade wieder neu angefangen. Ah, gut dann. Ich bin gerade bei 31. 60. Bitte? 60. Bei mir gerade. Wow, okay. Oh nein. Vielleicht schon wieder in Enge getrieben. Vor allem, weil hier gerade eine Ecke ist. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, das ist richtig, richtig, Hass. Wenn du nie weißt, ähm. Oh ja, hier ist so ein grünes Ding viel kleiner als das. Wo das Ende ist. Der Vorteil ist, wenn du kleiner bist als diese grünen Zerteil-Dingsbums da. Dann hast du immer einen Vorteil gegenüber den Großen. Kannst du die da reintun und dann... Alter! Netherlands, ey. Da hat sich einer zerteilt. Ja, ach man. Der ist weg. Alter, die Niederlande, die futtern dich direkt auf, ey. Ah, ich kann ja noch so ein paar andere. Das ist richtig, Edson. Ja. Das ist eigentlich ein mega geil gemachtes Spiel. Also, ich feier das schon irgendwie. Oh, finde ich auch. Also, ich mein, im Moment ist das richtig lustig. Nein, geh weg. Auf mich zu essen. Geh weg. Ah, ich hätte einem fast anfressen können. Hätte er nämlich noch mehr gefressen. Alter, vor mir hat sich gerade einer zerteilt. Der hätte mich fast bekommen. Aber der hat daneben. Okay. Daneben zerteilt. Zerteilt. Hätte der mich bekommen. Oh nein. Nein. Aber wenn der... Fuck. Immerhin habe ich das geschafft, da rauszukommen, ey. Manchmal. Ich schaff's manchmal, nicht einmal. Komm, ess ihn auf. Ess ihn auf. Nein! Oh, jetzt ist er großartig. Eieieiei. Aber sie haben auch neue Icons hinzugefügt, ne? Oh, jetzt habe ich einen Lag. Okay. Also, ein Standbild. LOL. Okay. Ah, weg da. Das war ein riesen Ding. Äh, hallo? Ich hatte ein Standbild und dann wurde ich einfach aufgegessen. Was soll der Quatsch stellen? Ah, wenn man einen Patch hat? Ne, kann er schon mal vorkommen. Alter, was ist da denn los? Auch mal. Ah, ich finde es cool, dass man am Anfang noch so relativ fix ist und immer schneller entkommen kann. Ja. Und umso größer man wird, umso mega langsamer wird man. Ah, ist eigentlich auch realistisch, wenn ich den Echen dem hier aussuche. Ja. Ach, Mann, Alter. Ich bin grad richtig schlecht, Leute. Ich bin grad richtig schlecht. Komm, komm, ich fress dich, Ender. Komm, komm her. Wer ist bei dir gerade noch oben? Äh, ein Unnahmezell und zweiter ist Square oder so. Ah, okay. Okay, jetzt ist Square erster und Unnahmezell zweiter. Hm. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das nächste Mal irgendwie... äh, miteinander zusammen aufm Dings kommen, weil ich glaub, das wär ein bisschen... Ja. Bisschen cooler. Ja, es ist grade mega schwer, auch grade, wenn so viele Leute da unterwegs sind. Ich schaff' man das halt nicht. Ja, jetzt ist aktuell bei mir Dogger erster. Ne, bei mir nicht. Bei mir aktuell grade schon. Okay. Einmal hatte ich so'n Gegner vor mir, ne? Der war einfach noch größer als mein gesamter Bildschirm, Jogo. Ja, hatte ich auch vorhin. Das ist mega heftig. Vor allem, ey, wie lange muss man dafür spielen, um so groß zu werden, ey? Ja, und dann noch paar Versuche, weil du kannst ja erst noch gefressen werden. Ja, eben, wahrscheinlich. Das ist schon, äh, nicht ohne. So, komm her, jetzt. Oh, Gott. Fast hätten wir alle gefressen. Oh shit, oh shit. Jetzt noch der nächste. Boah, ich sollte, ich sollte dieses Teilen einfach mal nachlassen, ey. Weil das bringt mich immer in die Bedrohung hier. Eieiei. Manchmal so. Äh. Äh, äh, Hitler kommt, okay. Ja, sorry, ey. Aber was soll ich sonst machen? Ja. Ja, steht ja da und die Leute sehen's. Dann kann ich's ja auch, äh, auch sagen. Pika. Oh, come on! Nein! Hoia! Eieieiei. Ich weiß, ich verliere immer meine ganzen, mein ganzes Zeug. Das ist mega, mega blöd. Ja, dafür zerteile ich mich auch nie. Ich lass eigentlich immer die Pika von der Leertaste. Beseitig ist es immer irgendwie wichtig. Da sind so mega viele kleine, dann mach ich schon mal. Mega viele kleine? Ja, hab ich schon mal gehabt. Okay. Einfach so ein Riesen-Kreis einfach, ne, ich nenne's jetzt mal Kreis. Einfach so ein Riesenteil. Mhm. So ein grünes Zerteil einfach so gekommen. Ich war da und da war ich einfach mega groß, Junge. Okay. War riesig. Aber jetzt bin ich auch wieder, jetzt bin ich auch wieder größer. Jo. Ich hab momentan... Er sagt nicht, ich spiele immer noch aga.igo. Hallo! Ja? Willkommen in der Aufnahme. Jo. Was geht ab? Doch klar, ich bin gerade eigentlich relativ gut dabei, muss ich sagen. Also es ist eine etwas längere Runde gerade, bei mir auf jeden Fall. Jo. Score 156. 285. Ja, mich verfolgt gerade so ein Teil. Jo. Mich auch. Etwas größeres verfolgt mich gerade. Ja, das war für mich auch. Äh. Ich bin einfach so. Komm. Komm, wenn ich die Fresse kann, der will sie damit nicht mehr fressen. Komm. Wer? Komm, Jamaika. Komm her. Jamaika! Mach das ein bisschen. Ja, da hast du mal so. Ah, Hilfe! Ich versteck dich im grünes Teil, das fand ich nicht klar. Boah, jetzt kommen hier wieder so viele, ey. Oh mein Gott. Lass mich doch erstmal ganz entspannt ein bisschen wachsen. Lass mich doch erstmal ganz entspannt wachsen, damit ich irgendwie irgendwie... Oh nein! 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 Ich hab mich gerade ausversehen zerteilt und wir waren einfach so riesen. Es gibt auch so einen kleinen Trick, Leute, das sag ich euch, wenn ihr das spielt. Falls ihr gegessen werdet, also so ansatzweise da seid, dass ihr verliert und ihr das halt mitbekommt. Manchmal gibt es auch so Situationen, dass man das nicht mitkriegt. Versucht euch zu teilen, weil damit schießt ihr euch noch ein bisschen ab. Und könnt mit dem kleineren Teil dann quasi weitermachen. Das hab ich nämlich jetzt auch gemacht. Und ihr seid dann sogar noch schneller. Das hab ich nämlich auch gerade gemacht. Dann muss ich das auch machen, aber dann hab ich sogar Glück und dann ist mein zweiter Kreis noch da sozusagen. Ja, dann nimmt er den ersten Kreis quasi und frisst den und den zweiten Kreis hast du dann zumindest safe so ansatzweise. Ja, aber wenn ich mal Glück habe, dann hab ich sogar beide noch dahinter, ja. Ja, wenn du Glück hast, aber ich hatte es gerade eben irgendwie nicht. Ja, das ist eine Glückssache, wie gesagt. Komm, Alter. Ja, oha. Oh nein, 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 nein. Das ist ein kleines Bällchen. Das sag ich. Okay, ich bin in der Engel getrieben. Ich werde gefressen. Ja. Komm, ess ihn, ess ihn auf. Please. Sich das anhören, ess ihn, ess ihn, ess ihn. Ess alles auf hier. Oh, komm. Bitte. 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 Ich könnte mich jetzt teilen, aber ich will nicht. Ich lass es lieber. Bitte. Ich möchte nur irgendeinen essen hier, damit ich größer werde. Mann, oh. Ich glaube gerade auch. Mann, oh. Please. Will ich bei mir den Ersten fressen? Please. Will Erster sein. Please. Eh. Ja, ich fress den Ersten auf. Dann bin ich der Erste. Hahaha. Das war wirklich so, ne? Ja. Jawoll, ich hab ihn. Okay, hier ist Dodge. Den will ich nicht. Nein, stand. Oh Gott. Oh nein. Germany, Germany, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Germany, bitte. Go away, go away. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt kommt noch die Netherlands, Alter. Verpisst euch alle. Ah. Ah. Hilfe. Jetzt kommt Italy noch. Ah. Ich hab hier gerade richtige Bedrohung, ne? Nein, gerade nicht. So. Oh, Alter. Aber ich hab mich bis jetzt gerade gut gesichert. Jetzt kommt noch Moon. Alles klar, Leute. Alles klar, Jungs. Kommt halt alle her. Macht mir gar nichts. Ich bleib cool. Okay. So. Jetzt erstmal mich selber wieder essen. Jawoll. Komm. Bitte. 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 Jawoll. 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 Ja. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Jetzt hab ich wieder ein Fehler begonnen. Ah mein Gott. Ah mein Gott. Ich dachte, das ist cool. Das ist cool. Aber es ist nicht cool. Nein. Hör auf mich zu fressen, Alter. Ich hab hier gerade 4 Leute. Und keiner ist größer als der andere ey. Ey. Jetzt ess ihn auf. ess ihn auf. ess ihn auf. Oh, please. Please. Oh Mann. Bin ich groß genug Ja 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 Oh ja Geil Supergeil Okay Leute Bei mir läuft es auch Bei mir läuft es auch gerade So mäßig Ich kann mich gerade nicht so Sonderlich Beklagen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, nein Oh mein Gott Nick, geh weg, Nick Please, Nick Please Ich hab grad einen Score von 500 Von 500 Ja, ich hab grad einen Score von 300 aktuell Das ist ja richtig spannend hier Oh mein Gott, jawoll Bob, Bob, ich ess dich jetzt, okay, Bob Bob, komm her Bob, nicht so schnell, okay Hast gewonnen, Bob, den geb ich dir MDR, lol, okay, MDR, komm her, ich ess dich jetzt Oh, Moon, 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 hello, hello, ich ess dich, hello Ah, nein, ich ess dich doch nicht, weil Nick kommt Nein Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin gestorben mit 508 Oha Alter, hast du sauer aufgenommen, nee, ne Nee Okay Leute Wenn's euch gefallen hat, dann drückt mir gerne ein Däumchen nach oben Und schaut mal bei Kingpad vorbei Der ist mittlerweile unser Developer auf dem MCBIC-Server Wenn ihr da drauf seid, begrüßt ihn mal ganz herzlich Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein Kingpad Und bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao